Was ist Bayern? Bayern ist ein sehr innovativer Standort, sowohl von Unternehmensseite wie auch von Universitätsseite. Aber wir brauchen natürlich in einer globalisierten Wirtschaft auch immer wieder frische Ideen. Und Bayern hat eine Exportquote in der Industrie von über 50 Prozent. Das heißt, man muss auch die internationalen Vorlieben und die internationalen Märkte gut kennen und das muss sich gegenseitig befruchten. Untertitelung des ZDF, 2020